Hey, hey, what's up, guys? Dwarf Lord, hier. Ja, ähm, und damit seid gerüst, mein Name Zwerge, Gnome, Hobbes und Edgardom zu einem neuen ähm, Reactto-Video. Heute werde ich mal auf ein Video vom Baunklinks Reactto reagieren und, ja, danach so ein bisschen meine Meinung dazu sagen und vielleicht so ein bisschen konstruktive Kritik äußern und ja, auch meine Meinung dazu sagen, ja, ich werde es mir jetzt mal direkt anschauen und dann, ja, für euch darauf reagieren. Rhabarber, 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 indische Subtitles, Reaction, React Clicks, dazu muss man sagen, das ist eine Playlist, in der der Baumklings auf deutsche Traditionen oder deutsche Eigenschaften oder deutsche Videos oder egal, Hauptsache es ist deutsch reagiert und halt die deutsche Kultur irgendwie ein bisschen reagiert und hier handelt es sich um ein Video, das kenne ich, das habe ich auch schon geguckt, das ist so eine Art Gedicht, Rhabarber, Rhabarber, Rhabarbera mit dem, ja, Barbierbart, Rhabarber, Rhabarbera und sowas so ähnlich, keine Ahnung, ihr werdet es gleich sehen. Hey, what's up guys, Boneclinks here and in my ongoing effort to watch every single video that's been posted on the Reddit React Clicks page and also learn more about German culture and German words and German things like that, here is Rhabarber, Barber, Barbera, Rhabarber, Barbera, Rhabarber, Rhabarber, Rhabarbera, Rhabarber, Barbara, Rhabarber-Barbera, 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 Rhabarbera, Ok, great. Das ist tatsächlich einiges, was ich von englischen verstehe. Tatsächlich, dass ich verstehe ich ziemlich viel Rhabarbera vom Englischen, mein englisch ist nicht sehr gut. So, without further ado, let's do it. Rhabar-ba-bar-bar-bar-bar-bar Wait, wait, subtitles? No, of course not. Of course not. Okay, let's do it. Barbara, okay. Rhabar-bar-bar-bar-bar-bar Merkte schnell, dass sie mit ihrem Kuchen Geld verdienen könnte Und eröffnete eine Bar, die Rhabar-bar-bar-bar-bar 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 Oh, good Das ist auch verwirrend für manche Deutschen Hm Rhabar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar Wait, 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 this one. Wait, wait, did I do it? I did it wrong. Here we go. Here we go. This one. This one. This one. Okay, I don't care. I don't care. I don't care. I don't care. In a small village, he lived as a woman with the name Barbara. Okay. Barbara was in the whole village for her rhabarbergen bekannt. Oh, okay. When she ate Barbara's rhabarbergen, she was named Rhabarbera. Rhabarbera. Oh. Oh. Rhabarbera. Oh, was? Für mich wie... Das ist deutsche Sprache. Spend mal. Rhabarbera. 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 What? What? Andrew? What? 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 His reaction is just wonderful, as he reacts to it. What? Check for... I know. I did it. This is it. Die Rabbababrahrabaren hatten wunderschöne, dichte Behrte. Wenn die Rabbabababababarghzee die Rabbababababaren hat, ging sie zum Barbier. Rabbabababababababababababababababarbe. Rabbabababababababababababababarbe. Oh... Great! That's fantastic. Das ist nicht überraschtet. There is no way that that's a legit German word. Doch, there is a way. There is a way, dass das im Deutschen möglich ist. Das ist ein deutsche Wort, das ist ein deutsches Wort. I'm sorry. There is no possible way. You guys are messing with me. That's 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 actually a real word. How can that be a real word? Das gibt's öfters im Deutschen, das gibt's sowas von öfters. Das gibt's öfters. Das gibt's einige Male. Das ist nicht das einzige Wort. That's not that's nothing special. Oh Okay, none would say, but it's possible. Oh, yeah, okay. All right. Oh, yeah Deutsche Sprache komische Sprache nicht versuchen zu lernen. Tu's dir nicht an, Bumplings. Tu's dir nicht an. Muss man, nein, ist schwer zu lernen. Nein, nicht lernen. Are you kidding me? That's confusing to me. Oh, great. That's not confusing at all, guys. That's definitely not confusing. Bumplings, there's a German word that's called hatt mechangetik? Hi. Okay, great. Uhh, I don't know about that. So, do you guys know that in English Buffalo, 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 Buffalo is legit English sentence? Did you know that? Hat gerade jemand im Chat geschrieben. Fliegen hinter Fliegen, 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 Fliegen nach. Wenn du als Ausländer nach Deutschland kommst und versuchst, die deutsche Sprache zu lernen, das muss doch... Brainfuck. Das... Ich bin froh, dass ich mit der deutschen Sprache aufgewachsen bin, dass meine Eltern mir mit null Jahren die deutsche Sprache beigebracht haben. Dass ich damit aufgewachsen bin, dass ich das nicht noch lernen muss. Die deutsche Sprache ist so brutal. No, really. Buffalo, 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 Buffalo is a legit English sentence. That's a true statement. That literally is a true statement. I mean, just throwing it out there, that is a true statement. That is true. So, this... Is really... Okay. Well, that's interesting. That's very interesting. What does that mean? Okay, so... Buffalo, the animal. Buffalo, the verb. Buffalo, the adjective. Buffalo, the noun. Buffalo, 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 Buffalo. Then adjective. Wait. Buffalo, the noun. No, the verb. And then... No. Then adverb and then verb, I think. Something along those lines. Something along those lines. Something along those lines. Buffalo, Buffalo, Buffalo. Because buffalo is a verb. And you can say it to buffalo someone. That's like... If you look it up in English... No, it is. Because you can... To buffalo something. To buffalo. Yeah. I swear to you. It's a very... Not very much used word. But I promise you something. I promise you. Buffalo, 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 Buffalo is actually a word. Yes. That is actually... Not a word. A sentence. Excuse me. It is actually a legit English sentence. Look it up. I'm not explaining it correctly. But to buffalo is a verb. And then buffalo is an adjective too. Describing someone to the buffalo. Like a buffalo, buffalo. A buffalo, buffalo. Buffalo, the animal. Buffalo, the verb. No. It's all right. How you are talking so long? Was redest du da? Was wieso redest du so lange? Was the subtitles? Was the subtitles? Okay. You get the idea. I'm not drunk. No. I'm not. At all. I'm not. I'm just... I'm just... We're just having fun with... With words and stuff like that. Buffalo, 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 Buffalo. You get the idea. Yeah. Anyways. Andrew has a crew. They flew and got the flu. And then he lost his glue. And then he drew his shoe. Yo. Andrew has a crew. They flew and then they got... Wait. Andrew has a crew. They flew and then he got the fluid. Then he lost his glue. And then he drew his shoe. What? What? You get the idea. Okay. Did you ever get buffaloed? Uh. Yes. Yes. I've gotten buffaloed. I think. If I'm thinking about what the actual definition of buffaloed is, then... Buffalo, 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 Buffalo. Buffalo, 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 Buffalo. Yeah. You get the idea. Dude. I should do a rap. I should do a rap. Yo. Andrew got a shoe. And then he got the flu. And then he went to school. To get to... Uh. Uh. Hmm. You get the idea. Something along those lines. You get the idea. All right. Great. So we're going to move on now to something, uh. Completely different. Thank you so much for watching. And I'll see you guys in a second. And when that happens. Very good. All right. Very good. Bye bye now. Das war schon sein Video. Ich denke mal, der macht das so in einem Streamformat. Der macht da irgendwie so ein Streaming. Und reagiert auf mehrere Sachen hintereinander. Und hat das dann im Endeffekt zu Videos geschnitten zu. Einzelnen Videos, so stelle ich es mir vor. So sieht zumindest der Hintergrund aus, so ein bisschen so Streaming mäßig eingerichtet. Ja, was soll ich sagen? Ähm. Na, es ist das Format. Das... Ich mag seine Videos seit dem ersten Video, was ich davon gesehen habe. Ich mag diese Germany Reactions, die... Ich finde es einfach wahnsinnig lustig. Mich hat es umgehauen, das erste Video. Ich glaube, das erste Video, was ich gesehen habe, war über... Hier, Bibbys Beauty Palace, was er gemacht hat. Respekt, also... Er bringt mich zum Lachen, also... Ziel erreicht. Nee, er ist generell ziemlich lustig, finde ich. Also, ich finde die Sache, wie er das macht, wie er... ... die Videos macht, relativ... ... spaßig, interessant. Er könnte ein bisschen weniger reden, also weniger reden, mehr aufs Video eingehen. Er könnte mal ein bisschen mehr das Video laufen lassen, anstatt anzuhalten und eine halbe Stunde drüber zu reden. Das passiert oft in seinen Videos, dass er irgendwie anhält und 20 Minuten gefühlt um den heißen Brei herum redet. Das gefällt mir nicht so sehr. Ja, das ist... Da weicht er gerne mal vom Thema ab und labert so ein bisschen... Ja... Bullshit will ich es nicht nennen, aber... Das geht dann doch schon so in die Richtung, hm... Weicht von dem Eigentlichen ab. Ich finde, React-To-Videos, das... ... darf man zwischendurch mal ab und zu mal machen, aber nicht als Haupt-Content. Nur React-To-Videos. Das ist so zwischendurch mal... ... ein schönes... Wie sagt man... ... ein schönes... ... ein Goodie... ... oder sowas mal so für... ... zwischendurch mal was Nettes, Feines, aber... ... so als Haupt-Kanal... ... bin ich kein Fan davon, also... ... er macht das... ... gut... ... ich weiß nicht, ich muss mal nachgucken hier... ... wie macht er das... ... wie... ... ja, er macht auch Reise-Relogs und... ... andere Sachen, ja... ... der Kanal, also... ... er wurde mir mal vorgeschlagen in den... ... Vorschlägen auf YouTube und... ... gefällt mir, was er macht... ... macht bitte mehr React-To-Videos, also... ... mir gefällt das... ... ich seh grad... ... ja, schaut mal bei ihm auf dem Kanal vorbei... ... das... ... ist ein ganz empfehlenswerter Kanal und... ... lohnt sich da mal seine Videos anzugucken... ... sind ganz... ... lustig, wie schon gesagt... ... auch mal was... ... nicht-deutsches... ... bei mir auf dem Kanal... ... in den React-Toos... ... bisher habe ich immer auf deutscheren Krams reagiert... ... ja... ... lasst einen Daumen nach oben bei mir und bei ihm da... ... wenn es euch gefallen hat... ... das Video, auf das ich jetzt reagiert habe... ... das seht ihr jetzt nochmal... ... eine Endcard verlinkt und in der Videobeschreibung... ... könnt ihr euch gerne auch nochmal angucken... ... ja... ... lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid... ... und ja... ... kein weiteres Video mehr von mir verpassen wollt... ... ansonsten habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag... ... gehabt euch wohl und... ... haut rein und bis zum nächsten Video... ... tschau tschau... ... acht ... ... ... ... ... ...